Kürtel 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 Er geht bis hin Machen doch Kürtel 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 Erzähl Kürtel jahrelang aber dafür können im hier wir können beiden das lohnt sich oder auch das macht sich gut im superheldenlebenslauf ja ja ich habe auch über krebs zu besiegen also ich so schlimm hier angriff geht er ziemlich weit so dann machen wir ihn down hier angriff ist echt gut weil man es so weit geht und jedes Feldtreffekt ist echt nice und ein sie den krebskönig das ist bestimmt stark wenn man erst mal sein Kumpanus schaden wenn es geht Rande steht auf dem Feld nicht ich kann es leider nicht sehen dann bleiben wir einfach gestehen wenn wir stehen ja nein wo an der Heidegger die der Nähe stehen steht er wurde auf den Krebskönig konzentrieren ist immer noch für langsam und haut drauf wenn ich äh Kongo Entschuldigung hey jemand hat mit deinem Namen sechs Paletten wie Jakob gekauft du seid voll nicht unsere Vertragsbedingungen ich halte ich habe ich habe das ist sehr geil das ist ich habe ich habe ich habe dabei muss er noch geben die nicht drauf ja er hat können wir schafft das ich denke ohne Fingerkoppen von vorne an da muss ich auch noch mal Ja, ich hab's gemerkt. So, da haben wir einen fetten Rückstoß, aber ihr habt aber auch Rückstoß. Ah, nein, im Fall der Takt. Oh, ne, richtig. Großer Rückstoß. Geil. Wow. Ultimativkraft ist bereit. Was sind ihre Ultimativkraft? Oh, zieht alle down. Große bei allen Gegner schaden und eine Verteilungsverwirrung. Flashmob. Geil. Oh, das war nicht mal ein seltener Spawn. Geil. Cool. Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt. Kurze neue, weiter so. Boi, 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 boi. Du hast gewonnen. Äh, siebtermale Mutation mit Charakterbocken von Colgate, cool. Oh, danke, Korga. Es war echt seltsam, sie rochen wie Krebs und Küsten wie Menschen. Was? Nein, ihnen. Äh. Du sagst dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja, klar, Korga. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich hab das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Danke, aber ich hab das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn es nach Kragen lief, ruf mich an. Haha, what the fuck? Nutzender Lippenstift, ich geb. D-Mobile Mitarbeiterhandbuch, D-Mobile Smartphone. Die Dünste des Krebswein. Geröstes, Geröst oder Krebs? Auch. Äh. So, testen wir den Upload Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Äh, ja, ja. Und das Selfie kommt aber nicht an. Das muss doch, ne? Jeff! Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf Instagram. Klar mache ich ein Selfie mit meinem Befreier. Ja, hoffe ich doch. Wuhu! Eddie! Wunderbar! Oh, liebend gerne! Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Oh, ich will das nicht kaufen. Ey, Lust auf eine Unterantwort, die Mobile X-Zene, Make-Up, hier kann man echt geiles teilen. Die Zentrale hat uns neue Bahre geschickt. Interesse? Äh. So, Artefakte, Kriegswelpe. Bein 90er, Kriter Schaden, Beboden Schaden. Kriger, 30er, 70er. Scheißewerfer, kaputtes Handy, okay. Äh. Die Mobile-Angebot, Missionsgegenstand. Kann ich den nicht kaufen? Kann ich den nicht auch finden? Über der Kost 30? Das wird ja bestimmt nützlich sein. Äh. 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 Ja, wir finden das noch irgendwie. Vielleicht können wir mal für'n Callgirl. So, jetzt gucken wir mal, was das mit dem Polizisten hier auf sich hat. Hey, Callgirl! das ist dasselbe ich sehe da kein unterschied was ist hier los was ist hier los drin ist nichts da steht an beim selbstjustizler tut mir leid kommt wieder wenn du mehr klassen auf drei klassen die wir müssen entweder nach unten und ganz nach rechts mit dem handy hier mobile kostenlos die mobile texten wir haben die krebs entsorgen zurück im geschäft durch besucher die mobile profitierung glaube ein alter wenn die mich jetzt echt mit werbung zu ein bisschen zeit kann man sparen ja darfst du das und los geht's dankeschön Was? Hashtag Freedom Balls? Noch weiter rüber? Ja. Achso, ja klar. Ist der Weg jetzt frei hier? Ach, der Weg ist jetzt frei! Hier, meets, meets. Hey, du bist doch das Fotkinder aus dem Fernsehen. Bock auf ein Foto? Ja klar. Mr. McComick. Hey, das ist ja nett. Ja. Hier sind die Kinder. Ja schon. Wohl den eigenen. Was? Was? Waffel? Ich brauche keine Motivation, Schätzchen. Also laber nicht so viel. Oh, Butter? Ein Selfie würde meinen bescheuerten Alten bestimmt eifersüchtig machen. Ja, ich glaube, mit dem haben wir auch ein Selfie gemacht. Mrs. McComick. Gut, so wunderbar. Ich such dich auf coolster Gram, wenn ich wiederguthaben auf meinem prepaid Handy habe. Jawoll. Und ich? Jetzt zu Hause. Ja. Und jetzt? Hier rein? Ich bin herzlich frei. Ich habe gesagt. Dann siehst du nicht so richtig. So, was ist das? händisch geraten schlüssel hier vor gut also kurz stoff war er wundert es dass wir relativ normale gegenstände finden ja nicht so na gut was war hier war das zimmer da ist sogar da ein echter held sein du könntest meine puppe suchen und mutter aus dem inventar entfernt wir hatten die schon gut mit komik und arbeit angeblich so dann wollen wir gucken was er könnte in die garage in dem weg kann man dann noch was trifft mich im historie so das opa gut war früher was das gibt es nicht nur bild die sieben sie Gänsepünchen also Wollten der Kälte was dieses Rätselort durchstellen ich glaube man muss man muss Artefaktor überhaupt nicht kaufen sonst noch was wir sind nicht so aus ist das jetzt was hat geschrieben ich kann mich dahin künstler kam üblich im historischen so dass dort wo früher das was war oben muss ich den Weg hier aufmachen vielleicht analysieren übereinstimmung ich rufe dich ich prokussiere alle deine Kräfte ich werde dasselbe tun du schädel jetzt ach wie geht ich bin so generatoren und schnellreise ob da loslosen Ach, guck mal, jetzt haben wir hier... Was ist, ich hab die vorher schon... Die da? Analyseere! Gute, ich brauche deine Hilfe! Das lassen wir nicht auf! Ja, ja, dankeschön! Das Gentrifizierungstext... Oh, 85er, Prisma Augenkratzung! Und 1,50... Sehr gut! Das ist doch hier irgendwie... Ich sehe unser Haus von hier! Wer nicht weiter hoch? Okay... Scheint nicht so... So gut, dann... Fortscore... So, es geht weiter hoch! Jetzt stinkt mein ganzes Outfit! Dankeschön! Ach... Ach so! Lass den Kack! Ich stehe doch nicht im Weg! Ach, bitte geh blass um! Ja, cool! Wir sind nicht weiter hoch! Ja, ja, wir gehen noch weiter hoch! Dann mal los! Ja! Wow, wow! So! Okay, geschafft! Packter Anzug! Ich sehe unser Haus von hier! Ja! Ja, vielleicht noch irgendwo was denn? Nein! Nein! Okay! Jetzt wieder da unten würde ich warten! Göttischer Wind, freigeschalten! Cool! Okay, aber ich weiß noch nicht! Hier geht's zum Justold! Wir haben Biggs Katze, aber... Wir haben Biggs Katze, aber... Vielleicht müssen wir ähm... Mr. Poslowski hoch! Oder? Ich weiß es einfach nicht! Muss der irgendwo sein! Dann geht's nicht weiter! Ach so! Du suchst nach Antworten? Mr. Connor schickt beste Grüße! Er wollte selber kommen, aber er ist ein vielbeschäftigter Mann! Er meinte deiner Mutter sein schreckliches Schicksal widerfahren! Oh ja! Was?! City Ninja Service! Mit Rabattgutschein! Wir wissen, was ihr danach wirklich machen müsst! Warte! Du vergesst zu zahlen! Erst wenn's erledigt ist! Nein, nein, nein! Du buchst City Ninja Service! Du bezahlst vorher das! Steht doch auf der Website! Ihr klingt nicht besonders japanisch! Seid ihr wirklich Ninjas? Ja, ja! Ich Ninja! Siehst du Schlitzaugen? Los! Nicht geschreckt! City Ninja Service! Macht erst euren Job! Okay, äh... Wir sind von... City Ninja! Leider wir wollten bezahlt, dich zu... Assassinieren! Und äh... Müsste das natürlich tun, oder? Du zahlst, dass wir das nicht tun! 5.000 Dollar! Äh... 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 Ah, du Klub bei Geschäft! Aber zur Ampel Bestätigung! Also, wir müssen dich umbringen! Entschuldigung! Okay, was würde passieren, wenn man wirklich 5.000 Dollar hat? Okay! Das werden wir in dem anderen Display rausfinden! Aber das interessiert mich echt! Aber bereit für heute Kampf! Bitte echten Ninja Kampf! Genießen! Dann kannst du mal bitte das Ding aus dem Weg holen, geht das? Nee, geht nicht! Äh... Okay, dann kann ich nichts machen, dann bleiben wir hier stehen! Dann... Rutschen eine bloße Stück vor! Dann... 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 Aber ihn können wir schon mal zum Pflanzen bringen! Dahinten sehe ich ein paar Ennermeidgren. hey servus ähm so, wo ist der Kampf hier? ok, ihm können wir ordentlich was rein zimmern machen wir das auch wenn wir ein wütend machen geht das so ran wir können auch umhauen und dann stehen wir davon könnte mir nicht egaler sein Zeit für sterben ja, hast du? da bin ich mein freund so, der Kuh wie hier macht der Umquake? genau wie in Ninja Film ja, du werfen wie kleines Mädchen ach, sie fertig, sag, sag ja, im Kümmer fett ein Reizimmer und dann gibt es auch Elektroschaden ach, du kein Respekt es ist kein Zeit wenn das eigentlich Quake schützen angreifen können wir eh nicht ja, ich bin mal Quake in Schutz das ist nice nö, ja auch nicht das müsste ja mit Rückstoß sein, oder? das ist das mit Rückstoß, das mit Rückstoß warte, machen wir das jawohl ja, und zwar weg mit dem wir was macht er jetzt? das ist doch da er stellt sich bloß dahinter ok, ach der holt jetzt noch jemanden? so, wir treffen den sehr gut heute ist mit leichten Briesen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen wir können auch einen Down den anderen Antrieb so, der Antrieb dürfte sich gleich selber erledigen durch Brennen wo ist bin ich schon am Zug? ok ich bin die schon wieder her ah, drauf Quake Ben dir das hast du verdient äh, wot? guck, allen raus ok, ok ok bei Kling sind ich alleine oh super ninja oh, krass, aber kriegt der echt beide? das sind zwei Rundenangriff, was? nö, will ich nicht nö, will ich nicht alter, was? äh, dafür die beiden? beide bluten dann, eine blutet schon krass krass ist ein paar viele hier ähm, wir könnten ihm fett damage machen oder jemanden heilen ähm so, wir könnten bloß uns heilen oder shit um da sein genau ja, da mache ich lieber erstmal damage oh, doch oh ja mach dich bereit äh mach dich bereit das erne ich kann mal weghauen das nächstes ist aber ich glaube er ist als nächstes dran ne die beiden sind glaube ich als nächstes dran ach so, wir könnten ja sehen, er ist da noch dran crime ist au von der Stadt in der Stadt Kunin und Freunde sind die Stadt die Stadt Alright, jetzt müssen wir nach der Stadt und machen super-heros stuff und, um, helfen Menschen zu kämpfen und schränken und so Ich habe schon gesagt, dass ich das nicht so gut bin. Ich habe schon gesagt, dass die Charakter-Scheik kommt. Ich habe schon gesagt, dass du Duel-Class nicht mehr zu reden. Tentman! Nicht zu mir die Sad-Puppe-Eyes, du wirst nicht mehr drei Klasse sein. I've been given 20,000 dollars to take care of you. But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris and get a P-doll enhancement and fuck French Jicks. Super Craig.